Ich bin Ahmed. Ahmed der Vielseitige. Du kennst dich mit Waffen aus? Ich beherrsche verschiedene Kampfstile. Wenn du Gold hast, bringe ich dir was bei. So, nun gib mir diesen Ahmed. Diesen Vielarmigen. Vielseitig. Er ist vielseitig. Ach, vergiss es. Du hast bezahlt, du kannst kämpfen. Denn wir sind sein Volk. Die Assassine. Zeig mir, was du kannst. Ich bin mir, was du kannst. Ah, gut, Junge! Lock in needle! Lock in needle! Gah! 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 Bleib stehende Feigling! Gah! A A A A S zu da 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 oh Du hast doch nichts dagegen, wenn ich mir dein Gold nehme. Diese Waffe nehme ich besser mit. Ich will den letzten Kampf wiederholen. Das habe ich mir gedacht. Geh in die Arena. Geh an, die seinen Zorn auf sich gezogen haben. Also zahlt mit eurem Gold. Sonst werdet ihr mit eurem Blut bezahlen. Geh an, die seine Zorn auf sich. Geh in den letzten oddly. Zeig mir, was du kannst! When I was a fan, I thought I would have to do it. You might have to do it. Und so.